Musik Schon vor 100 Jahren war Wien weltweit ein Zentrum der Forschung. Dieser Ruf soll nicht Geschichte, sondern zukunftsweisend sein. Der mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscher Josef Penninger, wissenschaftlicher Direktor am Institut für molekulare Biotechnologie, kehrte nach 13 Jahren Forschungstätigkeit in den USA nach Wien zurück, um eine eigene Liga der Spitzenforschung zu definieren. Das IMBA feiert dieses Jahr bereits ein zehnjähriges Jubiläum. Ich bin gekommen, um den FC Barcelona der Forschung in Europa aufzubauen, um ein Institut aufzubauen, das in der Champions League der Forschung spielt. Und ich glaube, ich traue mich zu behaupten, dass Wien und ein paar Institute, die es in Wien gibt, unter anderem unseres, in der Champions League der Forschung leicht mitkickt. Bürgermeister Michael Häupl bezeichnete die Rückkehr von Josef Penninger als Initialzündung. Auch für die Gemeinderätin und Vorsitzende des Jungen Wirtschaftsverbandes Wiens, Katharina Schinner, ist das Thema Forschung und Innovation essentiell. Forschung und Innovation sind die Faktoren, die eine Stadt braucht, um zu wachsen, um stark zu sein, um kräftig zu sein. Und in diesem Sinn hat es, glaube ich, kaum eine Stadt so verstanden wie Wien, hier die Weichen frühzeitig zu stellen. Anhand von 162 Kriterien wurde Wien aus 445 Städten zur drittinnovativsten Stadt der Welt gekürt. Europaweit liegt Wien sogar auf dem ersten Platz. Für den Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, Dr. Michael Stampfer, haben sich die Investitionen für Wien schon heute gelohnt. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen, die in den letzten zehn Jahren entweder geschaffen wurden oder einen großen Sprung nach vorne gemacht haben, die auch junge Stars aus der ganzen Welt anziehen, wo wirklich Wien mit Harvard, Cambridge, anderen Standorten um die besten Talente der Welt kämpfen kann und auch viele sehr gute Leute hier versammeln kann. Gerade wenn du Forschung und Innovation langfristig stark in einer Stadt haben möchtest, dann können das nicht so einmalige Luftblasen sein, sondern das muss eine Strategie sein, die hier verfolgt wird. In Wien gibt es zahlreiche Hotspots für Innovationstechnologie, wie zum Beispiel das Techgate auf der Donauplatte, das IMP und Imba in St. Marks oder das Life Science Vienna, um nur einige zu nennen. Langfristige Projekte, damit Wien auch für die nächsten Generationen seinen Spitzenplatz behaupten kann. In der Grundlagenforschung muss man lang draufhalten und daher die Geschichten, die sich jetzt gut etabliert haben, die müssen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Und es ist auch eine ganz starke Ansage des Bürgermeisters, müssen die Potenziale, die in der Grundlagenforschung stecken, noch stärker in Richtung industrielle Umsetzung weiterentwickelt werden. Die Investitionen in die heutigen Forschungskapazitäten sind direkte Investitionen für die Stärkung der Wiener Wirtschaftsleistung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017